Guten Morgen, heute wieder das Update was ich mit Youtube und den anderen mit Youtube zusammenhängenden Dingen verdient habe. Es sind tausende neue Menschen dazugekommen seit ich das erste Update veröffentlicht habe. Daher auch mal ganz deutlich der Hinweis warum ich das überhaupt mache. Ich mache Youtube um eine Idee zu transportieren. Und quasi das erste Mal dauerhaft permanent in meinem Leben sinnvoll zu arbeiten. Nachdem ich vorher analog meiner Überzeugung nach Geld und Anerkennung zu streben in einer Steuerkanzlei gearbeitet habe oder beim Arbeitsamt und auch in diversen Selbständigkeiten die immer nur auf das Geldverdienen ausgelegt waren, meine Lebenszeit verbracht habe und auch meine Lebensqualität die damit einhergeht mit der Zeit dazu benutzt habe diese Strukturen aufrecht zu erhalten und meine geistige Entwicklung blockiert habe. Und natürlich auch viele andere Menschen. Das gehört dazu. Wenn man sich selber blockiert, wenn man sich selber abschottet hat andere Menschen auch nicht die Möglichkeit von einem selber zu partizipieren und die universelle Verbundenheit die man miteinander hat da auch zu spüren. Wenn jeder ablockt und wenn jeder nur Ellenbocken ausfährt, Geld sammeln, sich selber erhöhen. Viele Menschen haben natürlich aufgrund der gestiegenen Bewusstheit auch den Wunsch einer Arbeit zu wählen, die sinnvoller und wertvoller für die Gesellschaft ist. Und das ist keine Sache die mir alleine obliegt und die nur ich habe, sondern andere Menschen haben die auch und beschäftigen sich dann eben auch damit, dass man hauptberuflich Youtuber werden möchte oder Blogger oder alles das gleiche. Alles das wo man sich in irgendeiner Weise medial darstellt in den neuen Medien und damit versucht was zu transportieren, also wie so ein Fernsehsender, wo sich vor 40-50 Jahren ein neues Fernsehsender gegründet hat mit ganz viel Organisationsstruktur und finanziellem Investment kann man heute als Youtuber kleine Fernsehsender eröffnen. Und diesen Menschen und da kommen wir auch zu einem Grund warum ich diese Updates immer noch mache. Den will ich einfach direkt ehrlich und offen informieren was verdient man damit und ob man damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann und wie lange das dauert bis man dann an den Punkt kommt. Und dieses Projekt ist eigentlich quasi auch schon abgeschlossen im Oktober und November letzten Jahres als ich die Schwelle überschritten habe wo man komplett seine Existenz ohne die Zuhilfenahme von Sozialleistungen erarbeitet hat und das war ein Zeitraum von 2 Jahren wo man von 0 auf monatlich 8 bis 900€ was komplett ausreicht um Krankenversicherung, Miete und Verpflegung und alle anfallenden Kosten zu decken erreicht hat. Aber das Interesse ausgehend war immer nach wie vor bei den Videos auch darüber hinaus groß. Und das liegt nicht nur daran weil es auch volatil ist, d.h. ich wieder etwas weniger verdient habe und weil die Tendenz geht nach wie vor nach oben wenn man das 6 Monatsmittel sieht, aber euch interessiert nicht nur die Tatsache ob man es schaffen kann und wann man es schaffen kann, sondern das Interesse ist nach wie vor da, dass ihr wissen wollt was ich verdiene. Es ist so ein ambivalentes Gefühl was ich dabei immer habe, weil die Orientierung auf Geld ist. Andererseits möchte ich auch Menschen helfen bewusste Entscheidungen zu treffen und da hilft eigentlich Information. Und natürlich nur Information wenn sie ehrlich offen ist und nicht manipulativ zu wirken. Deswegen führe ich das so weit fort solange ich immer wieder euer positives Feedback bekomme, das heißt wo ich ganz stark merke ok die Freude darüber dass ich meine Einnahmen mit euch teile. Oder auf den ersten Blick sehe ich das ja immer bei den Daumen nach oben oder natürlich Daumen nach unten, dass ein Daumen nach unten gibt der sagt hey pass mal auf dieses Posten von Geld. Das ist halt vielleicht nicht so optimal. Das ist halt vielleicht führt es eben dazu diese Geldorientierung aufrecht zu erhalten. Neben den Daumen die vielleicht generell immer kommen aufgrund von Unsympathie aber ich kann das schon mittlerweile ganz gut einschätzen. Das sind meistens immer so 10-20 Daumen die so nach unten gehen wo einfach generelle Unsympathies die bei jedem Video kommen und dann gibt es aber eben noch so ein paar mehr Daumen wenn die Thematik eben ja durchaus kontrovers ist oder wie bei dem Thema dass ich halt immer dieses Geld durchaus noch nenne. Und von daher ja also ich machs erstmal weiter weil eben ist immer noch so die Daumen nach oben die sind wirklich ich merke dass das ein richtig positives Feedback dazu halt eben auch noch die Kommentare die dann auch immer in die Richtung gehen und ja das so mal als grundlegende Sache warum ich ja dieses Format dieses Business Update auch über das eigentliche Ziel hinaus mache dass man sozusagen das ich gesagt habe oder gesagt habe kann man das was machen also kann man quasi mit einem sinnhaften Leben und einer sinnhaften Arbeit innerhalb oder kann man erst mal generell bei Youtube jetzt in dem Fall Geld damit verdienen und wieviel und kann man dann Existenz damit sichern. Das habe ich gezeigt dass das nach 2 Jahren möglich ist und ja aber wie gesagt geht halt jetzt trotzdem weiter. Aber das wiederhole ich mich jetzt gerne das ist halt auch so was reizvolles dass man trotzdem in dieser Gesellschaft die so auf diese Karriere auf diese Zettelwirtschaft auf alles das so festgelegt ist trotzdem mit sinnvoller Arbeit ohne eben einen Zettel zu haben also irgendwelche Qualifikationen dass man da wirklich in Deutschland in absehbarer Zeit seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Und ja das ist einfach so was wichtiges und deswegen werde ich auch die Serie auch wenn ich die Serie irgendwann mal nicht mehr fortführe werde ich trotzdem immer wieder verlinken und sagen hey schaut euch das an genauso wie ich mein veganes Tagebuch immer verlinke ich sage hey schaut euch an ich hatte am Anfang auch die Probleme wo ich gesagt habe vegane Ernährung da ist es vollwertig und was brauche ich da und so weiter und habe mich da auch so reingegroovt. Und genauso ist das eben auch mit der Tatsache dass man eine sinnvolle Arbeit macht und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber in diesem Kontext bevor ich wieder zu den konkreten Zahlen komme auch mal der Hinweis darauf was bezüglich des Geldverdienst auch wieder eine Sache ist die ich explizit erwähnen muss. Da kommt immer der Kommentar oder der Gedanke gerade in die neuen Youtuber die mich noch nicht so gut einschätzen können und da sind in den letzten Monaten noch einige dazugekommen. Das bezieht sich halt vor allem auf Youtube und es gilt aber auch für idealistische Jobs. dass man eben nicht erwartet dass man so wie der Durchschnittsdeutsche mit einem 42h Job da quasi klarkommt und dass man dann irgendwie diese Arbeit eben genauso ausführt wie jeden anderen Job. Aber das Tolle daran ist dass man zwar 80 bis 100 Stunden die Woche arbeitet, dieses negative Gefühl jedoch was oft mit dieser Arbeit einhergeht bleibt halt eben weg. Wenn sich ein Schauspieler, ein Motivationscoach oder ein Lebensberater jeden Tag zwingen muss zur Arbeit oder zum neuen Film zu erscheinen weil er damit Geld verdienen muss, dann können selbst 42-43 Stunden so lang werden dass man das Gefühl hat sein Leben zu vergeuden. Wenn man aber genau dieselben Tätigkeiten selbstbestimmt im Bahn lenkt wo man die Menschen wahrgenommen positiv beeinflusst und im Fluss der Energie handelt, dann fühlt sich das Leben plötzlich so an wie es sein sollte. Denn der Mensch ist zur Arbeit geboren. Ich sage das immer so ungern. Weil viele tun dann negativ so verdenken. Arbeit ist negativ. Nein Arbeit ist nicht negativ. Kreativität, Schatz und Kraft ist alles was Positives. Wir wollen arbeiten. Wir wollen den ganzen Tag Dinge tun. Das ist wichtig. Nachts erholen wir uns, nachts schlafen wir aber tagsüber wollen wir aktiv sein. Der Mensch ist zur Arbeit geboren aber nur zu einer Arbeit die Sinn macht und die sich gut anfühlt. Das ist ja der Indikator. Wenn dir etwas gut anfühlt dann ist es richtig und wenn es sich nicht gut anfühlt dann ist es falsch. Und den Sinn wenn ich von sinnhafter Arbeit rede den bestimmt die Natur was ist sinnvoll und nicht die Kultur einer Gesellschaft. Das entscheidet die Natur. Entsprechend achte ich auch primär auf meine Arbeit was ich tue und nicht auf das Geld. Entsprechend lehne ich auch trotz meiner Größe oft Kooperationen ab oder verweigere Produktvorstellungen die überhaupt keine Relevanz für mich haben und die ich nicht mal benutzen würde und führe auch eine harte Moderation durch auf meinem Kanal um eben die Stimmung zu erhalten, die Stimmung zu präsentieren, die Stimmung inspiriert für Euch zu generieren. Das kostet doch alles Abonnenten, das kostet doch potenzielles Geld. Ich treffe viele Entscheidungen die vollkommen gegen jede monetäre positive Entwicklung sprechen. Aber das ist eben wichtig, dass ich Euch nicht die Eier schaukle, dass ihr zufrieden seid, dass ihr zustimmt und Euch unter meinem Kanal so schön oder sowas. Es ist wichtig, dass ich mit meinen Anregungen, mit meinen Gedanken Euch aus der Komfortzone rausbewege. Alles monetär gesehen keine sinnvollen Entscheidungen. Aber wenn ich dem Geld auch nur einen Hauch mehr Bedeutung geben würde als der Einsatz als universelles Tauschmittel, dann beginnt das was die Gesellschaft Arbeit nennt. Ich nenne das aber Sklaverei. Und daher sind die Einnahmen auch schwankend. Ich hau nicht jeden Monat ein neues Ebook raus und bewerbe das dann. Ich habe auch noch kein Coaching Seminar oder mit meinem Namen versehnten Wasserfilter. Also keine so viele Produkte und sowas. Natürlich hin und wieder wenn sich das gut anfühlt wie das Ebook. Vegane Welt und wenig Geld. Da hau ich sowas raus. Aber selbst da habe ich 55% meiner Einnahmen gebe ich denjenigen die das bewerben. Und ich der es geschrieben hat bekommt weniger als die die das Buch bewerben. Einfach weil die Idee die dahinter steckt vermittelt werden muss. Vegane Ernährung kostet wenig Geld weniger als eine herkömmliche Ernährung und sie ist auch vollwertig. Das heißt da gibt es keine Mangelerscheinungen und zumindest keine die man innerhalb des finanziellen Budgets mit Vitamin B12 Tabletten zum Beispiel nicht auffangen kann. Und das ist halt das worum es geht. Es geht um die Arbeit und es geht nicht ums Geld. Und auch wenn dieses Format noch existiert, damit ich sage was ich verdiene, was halt wie gesagt zur Ambivalenz wahrgenommen wird, so möchte ich das einfach an der Stelle noch einmal explizit erwähnen. Und ich mache halt eben Sachen wie den Live Talk der überhaupt keine Einnahmen generiert, der zu nichts gut ist außer den Menschen eine Option zu geben sich mit mir zu unterhalten. Eine Option zu geben auch mal Dinge anzusprechen die sie in ihrem Umfeld nicht ansprechen können. Und das ist gut dass das noch relativ im kleinen Rahmen ist. Weil wenn es dann ganz viele sind und dann kommt jemand nicht mehr durch und kann das nicht mehr machen wie bei vielen Radiosendungen wie Domian damals oder sowas, dann ist es auch wieder blöd. Weil das ist wieder nur für eine gewisse Zielgruppe. Das heißt wenn der Live Talk irgendwann zu groß ist, ja keine Ahnung was ich da mache. Aber solche Dinge mache ich. Ich beantworte nach wie vor jeden Kommentar. Das bringt kein Geld. Ich nehme mir Zeit für Menschen mit Problemen und spreche auch in den Videos Themen an die wenig nicht populär sind. Aber einfach weil es gibt Menschen zum Beispiel kleine Männer. Das ist ein Thema total unpopulär. Die Großteil der Menschen versteht das nicht. Oder schöne Menschen. Die Probleme von schönen Menschen. Das ist total unpopulär. Es gibt immer viele Daumen nach unten. Ein paar Daumen nach oben. Weil es unpopulär ist. Das will keiner hören. Aber es gibt Menschen die sind mit diesen Themen allein und dafür bin ich da. Und dann mache ich auch solche Themen. Das sind Entscheidungen diesen wieder jeglichen Geldes. Aber die sind mir wichtig. Meine Arbeit ist mir wichtig. Dafür stehe ich. Und deswegen wie gesagt tue ich mich immer schwerer mit diesen Gelddingen. Mit diesem ich sage Euch was ich verdiene. Aber ich habe Euch ja auch dargelegt warum ich das gemacht habe in erster Instanz. Das war in Ordnung. Aber jetzt ist es eben so eine Sache. Aber solange das positive Feedback von Euch da ist und ihr sagt ok das interessiert uns wirklich und das hilft mir in irgendeiner Weise und ich das auch für mich so annehme. Solange wird es das auch geben und vielleicht wird es das auch immer geben. Und ich teile das auch immer mit Euch und ich denke das ist auch ein Grund warum wir täglich wachsen. Weil es eben diese Art an mir ist die zwar polarisiert aber auch menschlich und angenehm ist. Und ja gut. Also Geld ist nur die absolute Nebensache und die Veröffentlichung dient einfach darum zu zeigen dass es möglich ist mit seinen Idealen Geld zu verdienen um einfach zu informieren. Man muss natürlich auch bereit sein da nicht nur idealistisch zu sein sondern auch wirklich die Arbeit zu tun. Und da ist auch wieder die Problematik dass die Arbeit oft gar nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Sondern man sieht halt so als Zuschauer ich kenne das selber noch von mir also ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist kein Vorwurf. Du stellst sich halt vor die Kamera und machst halt ein paar Videos. Und das klingt halt so. Das ist doch keine Arbeit. Aber jeder der selber ein Youtuber geworden ist und auch ein gewisses Informationslevel hat und nicht nur seine Katzen abfotografiert oder abfilmt und vielleicht ist das auch ganz wissenschaftlich weiß es nur nicht. Aber dass man da mal tiefer reingeht und sich da grundsätzlich hinterfragt. Das machen viele eben nicht. Aber wie gesagt dafür unter anderem gibt es auch den Kanal. Würde aber jetzt zu weit führen weil ich spüre schon dieses Video wird wieder Überlänge haben. Also wenn man bereit ist auf Sachen zu verzichten die uns gelehrt wurden dass wir sie als wichtig empfinden sollen wie Anerkennung, Erfolg, Geld usw. Wenn man da bereit ist dafür dann kann man so eine idealistische Arbeit auch machen und dann macht es auch Sinn und dann kann man davon leben. Das habe ich gezeigt und dann hat man wirklich eine Chance mit sinnvoller Arbeit seinen Lebensunterhalt zu bestreiben. Also Einnahmen durch meine Patreons sind die Menschen die jeden Monat den Kanal für so sich erachten und auch die Möglichkeit für sich sehen diesen Kanal mit einem Geldbetrag zu unterstützen. Das kann man direkt über die Patreon Webseite machen. Den Link gibt es unten in der Infobox oder oben in den Infokarten und es geht natürlich auch direkt als Dauerauftrag auf mein Bankkonto. Mittlerweile sind das über 30 Menschen die mich monatlich finanziell unterstützen. Gerade im letzten Monat sind extrem viele dazugekommen. In unserem Land wo wir das nicht gewohnt sind freiwillig Geld zu geben, wenn es da Menschen gibt, auch in der Masse, die sagen hey ich gebe dir was dafür ab, weil du bringst mir was. Das was du in den Videos bringst, das bringt mir tatsächlich so viel Wert, dass ich bereit bin monatlich einen Betrag zu bezahlen. Oder auch einmalig. Viele tun mir auch einmalig das einfach zuschicken. Vollkommen in Ordnung. Es gibt ja keine Restriktionen oder Regeln oder Anweisungen oder Vorschläge oder sonst was. Jeder wie es richtig fühlt. Und das fängt an bei 87 Cent pro Monat und das geht bis derzeit hin bis 40 Euro pro Monat. Und das ist je nachdem was man sich leisten kann, was es einem Wert ist, kann man das freiwillig tun. Und das kann man natürlich auch jederzeit wieder anpassen und wieder auflösen. Das ist alles kein Thema. Und so kann jeder von Euch direkt auch das Geld eben als universelles Tauschmittel was es eben nur ist sinnvoll einsetzen, um eben auch die Welt zu verbessern. Indem man diesen Kanal verbessert. Der natürlich nur wenn Ihr meine Arbeit als sinnvoll einschätzt und das ist mein Glauben Teil dieser Arbeit was ich tue, die Menschen dazu zu inspirieren darüber nachzudenken, zu reflektieren was man tut. Ihr solltet nicht unbedingt Veganer sein nur um Euch zu unterstützen oder an offene Liebe glauben, sondern generell einfach dass man bewusst im Denken über sein Sein reflektiert. Das solltet ihr als Grund, wenn ihr da mitgeht und sagt das hat einen Wert und dass ihr die Liebe als universelle Energie anerkennt, dann tut ihr mit Sicherheit das Richtige wenn ihr meinen Kanal auch finanziell unterstützt. Da an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Aber auch ohne direkte Geldzuwendung. Viele sehen da ja immer noch eine Heiligkeit auch nur mit einem Euro pro Monat irgendeinen Menschen zu unterstützen. Da gibt's oder sie sind einfach nicht in der Lage das zu tun. Das Gros der Patreons sind vor allem Menschen die selber wenig haben, das sind Studenten, Hartz 4 Bezieher oder das sind Frührentner, das sind die Menschen die vor allem geben. Natürlich gibt's auch ein paar die im Berufsleben stehen und viel Geld haben oder einfach reich sind, die einfach über die finanziellen Mittel verfügen und das kann man so oft beobachten. Die Menschen die wenig haben, das sind die die oft bereit sind am meisten zu geben. Denn genau deswegen haben sie ja so wenig. Das was sie brauchen das behalten sie, was sie nicht brauchen das geben sie. Aber dieses wenig bezieht sich nur aufs Geld. Das Herz und die Verbundenheit mit dem Leben, das haben diese Menschen in einer Intensität, die nicht nur Gesundheit und Wohlbefinden steigert, sondern eben auch die Liebe aller Lebewesen vorantreibt. Das ist ja ein höheres Bewusstsein was diese Menschen haben. Aber auch ohne die Unterstützung als Patreon gibt es eben die Möglichkeit diesen Kanal zu unterstützen und das macht ihr. Und dafür bin ich ebenso dankbar. Es sind oft nur ein paar Mausklicks. Aber wenn diese von der Masse gemacht werden, da entsteht etwas Großes. Wenn ihr vor eurem Einkauf über einen meiner Amazon Links in der Infobox da drauf geht, egal was ihr einkauft, dann euren Besuch von der Amazon Seite über einen meiner Links ausstartet, dann bekomme ich Geld von Amazon. Das selbe Prinzip ist auch das Klicken auf die Werbung von meinen Videos. Wenn ihr da die Webseite des Werbetreibenden Besuch oder diesen Spot komplett anschaut, dann landet das Geld von diesem Unternehmen auf meinem Kanal. Da müsst ihr nicht mal klicken. Da müsst ihr nur die Werbung angucken. Das sind diese Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten und das ist immer das was in allen Lebenslangen sind. Wenn das von einer großen Masse getragen wird, das ändert die Welt. Und ich finde es auch immer so schön als Gedankenspiel, ihr klickt quasi mit eurer Maus das Geld hin und her. Aber diese Klicks sind so wenig, aber sie sind immer ein Ausbruch aus der Komfortzone, aus Automatismen und da ihr immer noch recht rar gesät, zumindest für das wie ich agiere. Aber es ist ja normal, das sehe ich ja auch an den Zahlen wie lange ein Video geguckt wird. Also im Durchschnitt kann ich Euch sagen, werden die Videos 6 Minuten geschaut. Also meine Videos werden im Durchschnitt 6 Minuten geschaut. Also wenn ihr jetzt noch dran seid, dann gehört ihr zu der absolut geringen Masse an Menschen. Einfach mal ein dickes Danke an alle Menschen die da mitziehen und sich dieser Zusammenhänge bewusst sind. Und abschließend ist an Einnahmen auch nochmal ein Buch Veganer Welt mit wenig Geld, was nicht nur auf Digistore sondern auch auf Amazon direkt für den Kindle gekauft werden kann. Und wo ich im Endeffekt 30 Tage lang konkret zeige wie preiswert und vollwertig so eine vegane Ernährung ist. Alles in allem habe ich diesen Monat Einnahmen von 689€ generiert und freue mich dass es scheinbar ungebrochen Interesse daran gibt sich täglich zu inspirieren und täglich zu informieren. Es gibt zwar einige die auch mal wieder eine Pause brauchen, weil sie wirklich jedes Video von mir reinziehen und sich nicht mehr täglich von mir triggern lassen. Es gibt immer wieder neue, gerade bei den Kommentierenden sehe ich das. Es gibt immer wieder neue die dann kommen und eine Zeit lang dabei bleiben und dann gibt es wieder welche die gehen und dann kommen wieder neue. Ich habe einfach versucht diesen Menschen auf dem Weg den wir gemeinsam gegangen sind meine Sachen zu teilen und damit bin ich zufrieden. Ich muss jetzt ja nicht jeden Leben lang an diesen Kanal binden und das geht wahrscheinlich auch gar nicht. Weil auch die Intensität die ich ausstrahle und auch die doch sehr eigener Art und teilweise auch gewöhnungsbedürftig weil sie eben nicht so gesellschaftlich angepasst ist. Und auch ein Danke an die Menschen die gegenüber meiner Person kritisch eingestellt sind und eventuell auch nicht meine Ansichten teilen, eventuell auch mich als Person lasst man in sie uns unsympathisch finden, die Bedenken haben, die skeptisch sind, denn all das ist ein Zeichen von Bewusstheit. Und auch wenn mir die Menschen nicht zustimmen, setzen sie sich trotzdem mit meiner Person auseinander. Und das ist etwas Positives. Weil Bewusstheit, es geht um Bewusstheit. Es geht nicht darum mir zuzustimmen. Das ist das was ich immer wieder sage. Es geht nicht darum zu sagen Ja du hast Recht. Wenn jeder zu meinem Video sagt Ja du hast Recht dann brauchst du dich meine Videos nicht anzuschauen. Weil dann ist es Unterhaltung. Dann ist es Bestätigung seiner selbst. Und deswegen gibt es keinen Grund meine Videos zu schauen. Wenn aber jemand sagt Ne du hast nicht Recht dann ist das ein Zeichen dafür dass derjenige sagt Ok warum hat er nicht Recht und setzt sich damit auseinanderbewusst. Da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit wenn jemand ein Video von mir anklickt über eine gewisse Zeit die Frucht eines bewussten Lebens auch in diese Menschen hineinzusetzen. Und deswegen ist es für mich auch nicht unbedingt negativ wenn die Menschen mir nicht mögen. Es geht eben darum dass diese Menschen sich mit mir auseinandersetzen. Dass ich für ihr Leben eine Bedeutung habe. Dass mein Leben eine Bedeutung hat. Für diese Menschen. Wir reden ja hier im Denken von Youtube. Ich mache das Youtube ausgehend von meinem Denken. Das ist der Denker der hier redet. Und der Denker ist immer verbunden mit Ego und dem Ego ist es wichtig wichtig zu sein. Entsprechend ist es wunderbar dass eben auch kritische Menschen den Weg auf diesem Kanal finden und sagen hey diesen Menschen unterstütze ich indem ich die Videos klicke und sage ja du hast eine Bedeutung in meinem Leben und welche auch immer. Und ich habe da schon einige Male gemerkt dass eben auch Menschen die am Anfang kritisch eingestellt waren den Weg gefunden haben zur Liebe. Und das ist halt eben das wo ich sage boah ja da nehme ich alles in Kauf aber ich habe die Bedeutung und ich erreiche die Menschen. Und darum geht es letztlich erstmal. Menschen in allererster Linie zu erreichen. Und deswegen danke an alle die auf diesem Kanal die das Video schauen wenn ihr meine Wörter hört dann danke an Dich insbesondere dass Du dieses massive Video hier bis zu Ende angeschaut hast. Das ist wirklich ein fettes fettes Danke dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Glaubt mir. Wenn ihr an diesem Punkt jetzt hier angelangt seid ohne zu skippen. Wenn ihr hier angelangt seid dann gehört ihr vielleicht zu 5-10% dieser die schon Interesse an diesem Kanal haben und dann trotzdem mal 5-10%. Das seid ihr quasi denen was die Aufmerksamkeit angeht der Dich besonders Danke. Und lasst uns gemeinsam die Idee dass man mit Respekt und Liebe miteinander umgeht. Dass man im Einklang mit der Natur lebt. Dass wir gemeinsam verbunden sind und durchs Leben gehen und uns gegenseitig befruchten in unseren Tag mit hineintragen und lasst Euch umarmen ihr wenigen die noch da seid. Alles Liebe. Hehehehe. Hehehehe. Werden Lachen Lebern Untertitelung des ZDF, 2020